Alter, oh ne, oh ne, oh ne, okay, ich hab das Gefühl, dass das Teufel passen wird. Voll, ey. Oh, jetzt geht's auch weiter. Alter, schon wieder von hier, ey. Leck mich doch am Arsch, der weiße Wolf ist im Teamsprachkanal dabei getreten, aber don't give a fuck und die geben mir gerade hart auf den Sack. Und das hat sich sogar geweiht und der wurde zufrieden. So, komm mal her, her. Alter! Fett, jetzt ist vorbei. So. Wer, wen haben wir denn hier? Oh, den weißen Wolf. Alter! Der sieht voll stylisch aus. Der Umhang ist nice. Not bad, Mr. So, easy Headshot. Oh, schneller Fall. Ich hab zwar keine Ahnung, was ich da erlebt hab, aber... Das wird schon nice gewesen sein. Warte, Hilfe kommt. Hier ist ein Ball. Ups. Nimmst du Ball. Nimm ich vor. Okay, hier ist ein Ball. Und los geht's. Schneller auf. Schneller auf. Jawoll, Leck. Ähm. Problem? Alter. Das kann ich euer Herz. Alter. Nicht wirklich jetzt. Alter. Alter. So, jetzt, jetzt spielen wir es hier, wie es hier. Jetzt, jetzt ist vorbei. Ich glaub, ich glaub, das wär echt ne Special-Folge. Oh, who to upload, oder so nen Scheiß. so wiederbeleben dann hier rinden rein schön auf den Sack geben jawohl nice ich nehme die Balls, diesmal nicht hab ich keinen Bock drauf so dezimiert man die oder so wird man dezimiert da lässt er den Zip raushängen komm jetzt her ok scheiße ah nein oh Gott alter was ist denn das warum schießt der Typ denn nicht er versucht jetzt zu sneaken oder was die 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 Dezimiert Das habe ich auch geschafft Oh nein, nicht jetzt Nicht jetzt vorbei sein Nicht jetzt Nicht jetzt Das war ja überhaupt nicht knapp So, wenn die da gerade Verzweit sind Dann hole ich mal schon mal den Ball Warte mal Hat der schon den Ball? Oh shit Nice So Zum dritten Mal sind wir jetzt hier Und jetzt habe ich das Gefühl Jetzt klappt es Jetzt kommen wir hier durch Nein So, jetzt machen wir da das Total kaputt So Der V noch schnell Hier schon mal schön dezimieren von hier Ja, will das Schiff jetzt auch mal einen Abgang machen? Oder Ich riskiere jetzt aber nicht mein Leben Ich mache das jetzt auch nur mal sicher Okay Aua Nein, das kann nicht dein Ernst sein Oh, ich dachte gerade, er ist tot Alter, ich muss mal kurz den Schluck trinken Oh So So Kommen wir hier mal zu Oh, ich kann halten Oh Ich habe noch Ich habe noch im richtigen Moment gedrückt für Respawn Oh Holy shit So Können auch mal Respawn Zumindest der eine, der kann doch schon locker Respawn, oder nicht? Ja, okay Jetzt hat er auch Ja, ich werde da nicht einfach hinrennen Damit ich wieder alles von vorne machen kann Ganz bestimmt nicht Ah, da ist wieder so ein Schiff Arbeit, den kriege ich So Portaude kaputt machen Ja, da ist noch mal kurz zu leise da Ich mache hier gerade Sachen Alles klar Alter Jawohl Oh, oh Das Natürlich Der hat mich getötet Guck dir an, wo der steht Aber gut, dass der eine wieder weggegangen ist Ja, ich schaff da nicht Ja, ich habe bei dem Oh, nee hier ja Ich kann mal was hier noch so rumlauern. Ich hab mir mal kurz die Schwerung nicht gesehen. So, das müssen wir ja jetzt klug angehen. Wir sind ja nur zu zweit. So, er holt den Ball. Ich versuche hier schon mal ein bisschen zu dezimieren. Viel scheint hier ja nicht mehr zu sein, aber mir wird gezeigt, dass da noch was ist. So, ja, du kriegst auch noch. So. Das Portal schnell wegmachen. Buddy Moon. Okay, vielleicht nicht. So, weiter als sonst. So, der weiße Wolf, der spielt gut. Das ist nice. Und den heroischen Zweig zu zweit ist halt schon... Jawohl, und jetzt können wir auch noch gesessen werden. Alles klar, rasiert er grad mal easy durch. Alter, jawohl. Das ist ein Taurus-Bögel, diesen Taurus-Bögel. So, lassen wir uns mal kurz weg, dann kann ich besser sehen. Ah, da unten mal so. Nein. Oh, oh, das wird auch machen. Ah. Der hat leider den Doppelsprung gemacht, als ich losgesprungen war. Das wollte ich gar nicht. Alter, haben wir wieder einen dritten dabei? Jawohl. Jawohl. Alles klar, es kann doch noch was werden. Wir können es noch schaffen. Das schwere Munizierung brauche ich gar nicht holen. Ich bin fast voll. Ich bin nur drei Kugeln. Ich kann ja lieber einen anderen nehmen, oder man spart die auch für nachher. Ach, wir müssen gar nicht hier hoch. Nicht. 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 Alles klar. Oh! Ich glaub, der Schuss macht hoher. Alles klar, der macht hoher. Komm schon, Granat. Triff was, bitte. Okay. Dann halt nicht. Auch nicht schlimm. Die Klopenschüler. Der kriegt grad ordentlich Damage rein. Aua. Immer schön aufs Auge, da kriegen sie am meisten Damage. Boom! Easy. Kann nichts. Oh shit. Noch einer. Ich hab doch irgendwie gerade was Dummsteine gehört. Zack, zack, zack. Oh. Danke. Oh, da bin ich genau ausgekommen, als der Schuss kam. Das war übel. So. Da haben wir noch einen. Ja, ruhig mal langsam. Kommen sie näher. Ich hab gar nicht mitgekriegt, dass wir hier schon wieder einen Ball brauchen. gut dass mein team gut informiert ist er kommt hier nicht hoch meine verborgenen haben diesen versuch an der zeitachse herumzudrehen aufgedeckt doch wie viele gab es schon vorher ist die welt so wie sie ist wegen der wegs ja und was passiert wenn da nichts mehr wächst alter war der scheiße aber der muss da raus der muss da einfach wenn wir denn hier ist ganz hin er ist nicht ohne gut dass wir den dritten dabei der kondensator ist erleuchtet du weißt was du zu tun hast damit haben wir seine aufmerksamkeit der ist toll wir helfen nur mit der kock war und schießt es weiß wie wärs mit nein machen abgang Aber man konnte den, glaube ich, nur unter bestimmten Voraussetzungen wehtun Hey, guck mal mich an Okay, das ist jetzt Das ist jetzt richtig spät, Alter Das trifft er mich hier nicht Aber die Lautstärke ist extrem gerade bei mir Ja, schieß mal auf mich Nein, nicht so, dass ich sterbe Also du sollst schon in meine Richtung schießen, aber Weißt du, also nicht wehtun Weißt du So, jetzt kann man nichts Jetzt kann man nachdem man diesen Fall weggebracht hat Okay, jetzt nicht mehr Aua, 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 scheiße Der hat mich da getroffen Okay, jetzt kriegen wir auch wieder Besuch Aber bis jetzt ist der kleine Besuch noch relativ easy Ach, scheiße, der Ball ist da hinten Aber er wäre ja auch so einfach gewesen, ne? Hey, hier Schieß auf mich Ja, 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 genau so Ja Er hat dazu gelernt Er trifft auch diesmal nicht Finde ich gut Hey Was denkt denn, ey, ist Jesus oder was? Ich glaube, ich bin hart jetzt Nein, 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 nicht jetzt Moment, wann Er ist ungünstig, wo der gerade liegt Nein, ich wollte ihn holen Oh, bleib einfach am Leben Alter, ist das laut, ey So Boom Wir spawnen Ein Schuss Tod So muss es sein Alter, Atomexplosion Alter, was passiert denn hier gerade? Nein Der hat mir die Deckung weggenommen Und ich liege außerhalb der Mauer Oh, der hat Oh, da schafft der da eigentlich Erstmal biegen Alter, sein Cape sieht aus wie so eine Kettenrüstung von Ritter Fick dich Alter Okay, hinter diese Deckung kann man nicht Ist natürlich auch gut zu wissen Ah, jetzt wird sich die Grenze wieder weiter Oh, nee Das war jetzt scheiße Ich wusste nicht, dass das Ding weggeht Ja, nimm den Stein und hau ab Warum kann der springen, aber ich konnte nicht auf dem springen? Und warum spawn ich direkt neben dem Wichser? Oh, oh, Atomexplosion Wo geht der nun hin? Was ist da? Er verpieselt sich Oh Alter Tricky hier Von Deckung zu Deckung jetzt Und Jetzt los So, also Ich möchte nicht unbedingt den Ball nehmen So, wenn wir die Leichen mitschieben Ah ja, jetzt geht's andersrum Der Junge kann sich auch nicht entscheiden, wa? Aber ab und zu muss man halt mal die Richtung wechseln Sonst wird einem auch schwindeln Und schädelt sie weiter? Jawohl Wie sie sich freuen Ach, wie süß Ja, jetzt kommt da natürlich ein Minotaurus raus Ähm, mach mal vorbei hier Scheiße Oh shit, den hat's erwischt Oh nein, die steht direkt im Spawner Wie, auch gar nichts machen Geil Erstmal kostenlos fahren Okay, ich sollte jetzt nicht rumspielen So, ich brauch mal kurz Ich muss mich kurz regenerieren Ah ja Uh Okay Aua 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 Nein Alles klappt Alles klappt Alles klappt Ach, er hat auch nicht den Ball Scheiße Jetzt müssen wir wieder zurück Alter, ist sicher Also das geht bis jetzt 50 Minuten Knapp, das Video Aber wir hatten ja auch viele Äh, Filz drin Ich werde auf jeden Fall was einplenden lassen Beim ersten Mal, wo wir gestorben sind Äh, ne Zeit, wo es dann Ordentlich weiter geht Da will keiner bis dahin vorspulen Und, äh Ja Wer die Filz sehen will Der kann Natürlich gerne weiter Token Wir sind fast da Tiefer ab Den Shit Ich kann den Fluss der Zeit spüren Wuiiii, Britten Seine Wasser fließen wieder, wie sie soll Wuiiii Der Nexus wird nicht existieren Womit den Wex ein mächtiges Konstrukt verwehrt wurde Sehr gute Arbeit So, jetzt hat er auch, der soll sich zu drehen Yeah, yeah, aha, endlich geschafft Jawohl Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal 15 Minuten für ein Scheißzeug gebraucht habe Aber wir hatten halt viele Komplikationen Es sind Leute rausgegangen Und Gott sei Dank wieder neue Rejoins Sonst hätten wir es niemals fertig machen können Jawohl, 224 Kids Ja, und dann würde ich sagen Werde dich hier, das Video ist, wird auch langsam Zeit Ich hoffe, ihr hattet Spaß, wenigstens ein bisschen Entweder mich fällt zu sehen oder ihr habt dann vorgespult, je nachdem Und, äh Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet Haut rein, bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal